Hallo leidenschaftliche Fans des FC Schalke 04 kommen wir zu den wichtigsten Nachrichten von S04 aber zuerst bitte ich alle, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen und Benachrichtigungen einzuschalten, damit sie keine Neuigkeiten aus unserem Kanal verpassen. Still und Heinlich Star feiert sein Comeback Beim FC Schalke 04 gibt es gute Nachrichten Ein Star hat nach langer Verletzung sein Comeback gefeiert Während der FC Schalke 04 den Derby-Sieg gegen den VfL Bochum, 2 zu 0, bejubelte, war ein S04-Star anderswo im Einsatz. Sepp van den Berg hat nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert in der U23. Vor fünf Monaten stand Sepp van den Berg zuletzt auf dem Platz, jetzt scheint es endlich bergauf zu gehen. Der Leister des FC Schalke 04 konnte endlich wieder ein Spiel über 90 Minuten bestreiten. Sein Comeback verlief aber nicht ganz so glücklich. Van den Berg feiert Comeback Bei der 2 zu 3 Pleite gegen den FC Augsburg Anfang Oktober verletzte sich van den Berg schwer. Mit einem Benderriss im Sprunggelenk fiel der Niederländer insgesamt fünf Monate aus, jetzt ist er zurück. Am Samstag, 4. März, feierte er sein Comeback in der U23 des FC Schalke 04. Beim 2 zu 2 gegen den FC Dürren stand van den Berg in der Regionalliga in der Startaufstellung. Das Comeback begann für den Innenverteidiger denkbar schlecht. In der 19. Minute traf er zum 0 zu 2 ins eigene Tor. Nelsen Ramadan, 56. und Marouane Balouk, 83, Handelfmeter, retteten den Schalkern mit ihren Treffern einen Punkt. IA-Fan was haltet ihr von den Neuigkeiten? Kommentiere hier, hinterlasse ein Like, abonniere den Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was beim FC Schalke 04 passiert. Vielen Dank für's Zuschauen.